Ja, hallo Wolf. Hallo Ralf. Mit Herz und Fuß ist heute on Tour und ich bin zu Gast bei Wolf Harbert. Das ist der Geschäftsführer von Five und Milon. Und wir wollen uns heute über die Füße unterhalten. Oder, Wolf, stell dich doch am besten selber erstmal vor. Ja, du hast ja schon fast alles gesagt, was eigentlich wichtig ist. Du hast gerade so einen Ausdruck gebracht, als hätte da irgendwas nicht gestimmt. Nein, 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 alles gut. Und tatsächlich, vielleicht deshalb, es stimmt formal juristisch nicht, dass ich der Geschäftsführer von Milon bin, weil ich bin Geschäftsführer der Milon Holding, also der Dachfirma. Und damit habe ich quasi Gruppenhoheit mit dem Bernhard zusammen. Und nur der Bernhard ist offiziell eingetragener Geschäftsführer bei Milon. Aber das tut echt keine weiteren Fragen an der Stelle. Ich kriege dann höchstens von unserer HR-Abteilung wieder Ärger. Du darfst das so nicht sagen. Da bist du, glaube ich, tatsächlich abmahnbar mit solchen Sachen. Oh ja. Aber das soll wirklich heute nicht unser Thema sein. Das ist nicht unser Thema. Ja, mit Herz und Fuß. Wolf, was ganz spontan, was fällt dir dazu ein? Oh, in meinem Leben spielen Füße in Therapiesicht und sportlicher, trainingsphysiologischer Sicht seit vielen, vielen Jahren eine Riesenrolle. Und dementsprechend läufst du mit deinem Thema, mit deinen Füßen bei mir offene Türen ein. Okay. Auf jeden Fall. Und was hat das jetzt mit dem Herz zu tun? Das ist für mich neu. Das ist für dich neu. Das ist für mich neu. Fühl dich mal rein. Das ist für mich neu. Das ist für mich neu. Mit dem Herzen habe ich es bis jetzt mit Sicherheit am wenigsten in Verbindung gebracht. Okay. Weil ich bin ja so ein Biomechanik-Freak. Das heißt, Füße haben für mich sofort Rieseneinfluss auf alles im restlichen Körper. Aber tatsächlich übers Herz habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht. Wenn man aber die Brücke schlägt, dass man das Herz mit Fühlen in Verbindung bringt, dann sind unsere Füße sicherlich das Organ, was total underweighted ist, was Fühlen angeht. Okay. Das wäre für mich wahrscheinlich so eine Brücke zum Herzen. Und wenn man die Brücke schlägt, dass die Füße schon immer eine Herzensangelegenheit für dich waren? Ja. Dann war das ja nicht wirklich verstandgesteuert, oder? Halb, halb würde ich sagen. Also ich habe halt, wenn ich das kurz erzählen darf, ich glaube das war 2007, 2008, hat mein damaliger Partner, der Lutz Kruger, mit dem ich Pfeif gegründet habe, also mit dem Christoph und mit dem Lutz zusammen, der hat damals schon aus einer eigenen Leides-Geschichte, also der hat Tennis gespielt auf ganz hohem Niveau, hat katastrophale Füße, hatte einfach hunderte Bandverletzungen. Seine Füße sind wirklich, also wenn du die siehst, der ist auch mittlerweile mehrfach operiert. Und der hat schon 2007 den Lee Saxby aus London einfliegen lassen. Und der war zu der Zeit halt so der Fußguru, der eben auch gerade das Barfußlaufen und diese ganzen Harvard-Studien und sowas, die es damals gab und so, zum ersten Mal so in die Welt gebracht hat. Und der kam zu uns hier aufs Dorf und hat uns, ich glaube eine Woche lang, über Füße unterrichtet. Und da hat die Leidenschaft für Füße, also Leidenschaft ist vielleicht bei mir jetzt viel gesagt, aber das Verständnis, wie wichtig Füße sind, für den Gesamtkontext gesunder Körper so begonnen. Also schon vor echt langer Zeit. Da hat es eingesetzt. Ja, und was auch davon übrig geblieben ist, einer meiner geschätztesten Mitarbeiter, Marco Montagnes, ist einer, der beim Lee damals gearbeitet hat und war dann einer unserer ersten Five-Mitarbeiter, wenn man so will. Also er macht bis heute Schulungen für uns, Vorträge für uns und ist aber auch ein totaler Fußexperte, hat das Buch geschrieben, kennst du vielleicht, Unfuck Your Feed. Und irgendwie Füße waren halt seitdem nicht mehr wegzudenken. In unserer Philosophie, Denkweise. Und noch früher, also ich habe ja meine Five-Geschichten, haben ihren Ursprung ja beim Walter Pacchi aus Freiburg. Und der Walter war auch schon ganz, ganz krass auf Füße unterwegs. Also er hat damals, das kennst du, diese Raupengänge schon gemacht mit den Leuten ganz viel, also dieses Greifenlernen wieder. Er hat damals auch mir beigebracht, dass eben der Mensch heute meistens das Problem hat, sehr, sehr feste fasziale Strukturen, also so Plantarfaszien so und sehr schwache Muskeln. Ja. Und in den Füßen. Und er hat das damals auch immer schon versucht zu korrigieren. Also Füße in unserer Philosophie, in der Five-Philosophie, nicht wegzudenken. Jetzt hast du ja den ein oder anderen Berührungspunkt mit der Fitnessbranche, würde ich mal so behaupten. Jetzt würde mich mal interessieren, wie werden Füße in der Fitnessbranche repräsentiert? Was für einen Platz haben die da? Also ich würde sagen, wenn es uns nicht gäbe, gar nicht. Also durch uns, viele unserer Partner haben einfach durch uns halt die Philosophie, also es fängt ja damit an, dass wir im Five-Bereich mit Socken arbeiten. Dass wir sagen, die Füße, zum Beispiel unser Ischio, diesen Stein, wo du dich festkrallst, du willst ganz klar sagen, die Übung geht mit Schuhen nicht. Also sie erfüllt ihren Zweck nicht mit Schuhen. Dann haben wir das Thema Füße schon ein bisschen präsenter gemacht. Dann in unserer Trainingswelt beginnen wir heute mit dem Five-Feed. Das heißt, der erste Kontakt in unserer Philosophie, wenn die Kunden uns folgen, dann beginnen wir das Training mit den Füßen. Also Wahrnehmung, spüren, erden, mal weich machen, mal überhaupt wieder etwas spüren, wahrnehmen. Aber losgelöst von uns, keine Relevanz, würde ich sagen. Nicht existent. Also ich glaube, bevor wir damit irgendwas gemacht haben, gab es eigentlich in der Branche keinen Gerätehersteller oder irgendwas, der da was mitgemacht hat. Okay. Würde ich sagen. Okay. Und wie hoch siehst du dann das Potenzial in der Fitnessbranche, wenn die Orientierung mehr Richtung Füße ginge? Oder was bräuchte man dafür, dass sowas passieren könnte? Ja, Potenzial würde ich immer zweiteilen. Das Potenzial für die Menschen, die es nutzen, wäre gigantisch. Weil, ich glaube, da sind wir beide uns einig, der prozentuale Anteil von Menschen, die mit gesünderen Füßen ein besseres Leben hätten, ist gigantisch groß. Potenzial im Sinne von, keine Ahnung, Umsatzmöglichkeiten für die Branche und so, sehe ich ein bisschen losgelöster. Also auch da gibt es sicherlich interessante Ansätze, wenn man es schafft, den Menschen klarzumachen, wie wichtig das ist, dass dann daraus auch eben eine gute Arbeit und dann auch wieder Umsatz entsteht. Aber ich glaube, das wirklich große Potenzial, was mir da auch immer am Herzen liegt, weil der Erfolg kommt aus meiner Sicht am Ende dann immer auch, würde einfach darin bestehen, dass die Menschen halt, wenn man die Füße beachten würde, mehr beachten würde, einfach einen viel größeren Output von ihrem Training hätten. Okay. In Summe. Ja, aber das münzt ja dann nachher auch wieder auf die Fitnessbranche insgesamt. 100 Prozent. Weil sie besser funktioniert. Ich nehme da sogar unsere Sachen mit rein. Also, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Jemand hat Rückenschmerzen und dann wird da draußen ein ausgebildeter Five-Coach natürlich in erster Linie mal gucken, ist die Hüfte frei, was macht der Eliob sowas und so. Und das sind ja alles richtige Dinge, also nicht falsch verstehen, die ich ja selber schule, selber entwickelt habe und so weiter. Aber ganz oft halt spielt der Fuß, den wir dann vielleicht zu wenig beachten, halt eine große Rolle mit, warum der Psoas zu ist. Ja, ja. So, und diese Zusammenhänge, die würden uns schon noch mal extrem nach vorne bringen. Und das ist ja auch, warum wir das Five-Feed zum Beispiel haben, schon seit vielen Jahren. Ich glaube, das haben wir auf der FIBO 2013, haben wir das schon dabei gehabt. Weil wir halt ganz früh erkannt haben, wenn wir die Füße außer Acht lassen, dann kannst du dir mit vielem anderen die Zähne ausbeißen und es wird einfach nicht besser. Und deshalb Füße ja schon viel Potenzial noch nach oben. Ja, sehr schön. Und du hast ja eine Reise mit deinen eigenen Füßen gemacht, hast du gesagt. Du bist ja sozusagen vom Orthonormalverbraucher zum Barfußläufer geworden. Inwieweit hat es dann auch auf dein Business beziehungsweise auf deine Leistungsfähigkeit, auf deine Performance sich ausgewirkt? Kannst du da mal was sagen? Also ich hatte ein Glück in meinem Leben schon vorher, was Füße angeht, dass ich mein Leben lang immer Sportarten gemacht habe, wo du keine Schuhe trägst. Das heißt, ich habe mit sieben Jahren mit Karate angefangen, habe mein Leben lang dann eigentlich immer Kampfsport gemacht und habe da in den Trainings weitestgehend ohne Schuhe trainiert. Und davon habe ich, glaube ich, schon extrem profitiert, dass auch als ich dann den Lee Saxby kennengelernt habe und wir da die Sachen gelernt haben, meine Füße schon an diesen Tagen mit die Besten waren von allen, die da waren, weil ich halt mein halbes Leben auf irgendwelchen Matten verbracht habe und trainiert habe. Und deshalb war jetzt für mich dann die Umstellung da nicht so krass, dass ich dann noch mal so wahnsinnig viel besser geworden bin. Tatsächlich habe ich jetzt in jüngster Vergangenheit es viel mehr gemerkt, weil, oute ich mich, ich habe die letzten Jahre wieder mehr Modeschuhe getragen, engere Schuhe, eher optisch orientierte Schuhe, und habe auch die letzten Jahre nicht mehr Kampfsport trainiert. Habe also weniger mich barfuß bewegt als früher. Und als ich jetzt wieder, und das ist erst jetzt so ein Dreivierteljahr her ungefähr, wo ich wieder super konsequent immer barfuß gehe, also ich trage keine normalen Schuhe mehr, weder wenn ich wandern gehe, noch im Alltag, noch wenn ich mit den Hunden rausgehe, einzige Ausnahme, können wir gleich drüber sprechen, wenn ich joggen gehe, das mache ich nämlich noch, und gebe ich aber auch gerne gleich ein Statement dazu ab, warum und weshalb. Da war jetzt die Veränderung in meinem Fuß und wieder die Leistungssteigerung, dass der Fuß wieder besser funktioniert und positive Effekte auf meinen Körper viel, viel größer als damals. Also jetzt gerade, ich hatte vor ein paar Tagen die Diskussion mit meiner Frau, die hat gesagt, ziehst du jetzt nur noch die hässlichen Schuhe an? Tatsächlich so ähnlich war die. Also sie ist aus der Fraktion Mode, ja? Ja, so halb-halb. Also sie hat auch Barfußschuhe, sie trägt die auch. Sie hat auch gute Füße tatsächlich, genetisch Glück. Sie trägt keine hohen Schuhe und sowas, oder super selten, weil sie auch groß ist. Oder ich klein, kannst du sehen, wie du willst. Auf jeden Fall bin ich gerade extrem weit davon weg, mich wieder in modische Schuhe zu quetschen. Für mich gerade in meiner Vorstellung nicht mehr denkbar. Weil es mir gerade mit meinen Füßen, die sich gerade wieder schön ausgebreitet haben und irgendwie wieder sich viel natürlicher anfühlen, die will ich gerade nirgendwo mehr reinstecken, was sie wieder beengt. Okay, okay. Und ich habe gerade echt eine Menge Schuhe zu Hause, ach, so viele Schuhe habe ich nicht. Ich bin jetzt kein so ein Schuhwahnsinnigverkauf. Aber ich habe schon einen Haufen Schuhe, die ich die letzten Jahre gekauft habe, die auch schön sind, die da jetzt vor sich hin stauben werden, weil ich die einfach nicht mehr tragen möchte. Wie ist es mit dem Herz bei dir? Wie wichtig ist das Herz für dich überhaupt? Also es gibt ja Leute, die sind so kopfgesteuert, die sind ja verstandgesteuert, die machen alles rational, Zahlen, Daten, Fakten, treffen Entscheidungen aufgrund von Faktenlage. Wie ist das bei dir? Wie ist da die Verteilung bei dir, auch als Unternehmer? Also die Verteilung würde ich mich schwer tun. Ich bin schon ein sehr starker Kopfmensch. Also auch wenn du mit mir so die typischen Disk-Modelle oder was auch immer machst, also irgendwelche psychologischen Untersuchungen, nenne ich es jetzt mal, oder Fragebögen, dann kommt bei mir schon eine hohe rationale Tendenz auch raus. Jetzt kommt das große Aber. Ich habe einen brutalen inneren Kompass. Also ich würde es weniger Herz, sondern eher Bauch gesteuert jetzt bei mir darstellen, wenn man jetzt so darüber spricht. Aber ich bin jemand, der eine unglaublich starke innere Orientierung hat. Also ich weiß immer, ich kann sehr, sehr gut Entscheidungen treffen. Und die Entscheidungen treffe ich nicht so rational, wie es die psychologischen Programme, Gutachten mir so bescheinigen würden. Sondern da bin ich extrem gefühlsgesteuert. Und kann auch jetzt aus meiner Vergangenheit, ob jetzt privat oder geschäftlich sagen, dass ich damit unfassbar gut gefahren bin. Und auch da unglaublich intrinsisch bin. Also von außen braucht mir gar niemand irgendwas. Interessiert mich ganz, ganz peripher. Okay. Und das würde ich aber so als inneren Kompass oder auch so als inneren Nordstern, könnte es das bezeichnen, das habe ich sehr, sehr intensiv. Aber weniger Herz, eher Bauch. Okay. Gibt es Momente in deinem Leben oder in deinem Alltag, wo du den Eindruck hast, okay, jetzt bin ich nicht mehr so ganz im Einklang mit meinem Herzen. Was passiert dann mit dir? Ja, ja. Habe ich, also hatte ich jetzt gerade die letzten Jahre. Im Endeffekt war es bei mir so, dass die Leute es besser einordnen können. Ich habe die Firma Five gegründet vor vielen Jahren mit zwei Partnern. Wir haben die sehr erfolgreich gemacht. Und wir haben sie Ende 2019 verkauft. Irgendwann an Milan, an die Milan-Gruppe. Und dann bin ich quasi Gruppengeschäftsführer geworden. Und in diesem Wandel natürlich von dieser kleinen Firma in die viel größere Firma, habe ich mich mehr in Management-Themen reinziehen lassen, nenne ich es jetzt mal. Also ich war zwar schon immer Geschäftsführer, schon immer Unternehmer, aber ich war immer jemand, der an der Front einfach, ich habe hunderte Schulungen gemacht, ich habe hunderte Vorträge gemacht. Ich war immer derjenige, der jetzt geführt hat, über vorne weggehen. Und einfach da sein. Und die Leute sind mitgegangen. Also meine Leute in der Firma sind mitgegangen. Und es hat so für sich funktioniert. Und das ist das, wo ich meinen Seelenfrieden habe, würde ich es mal so nennen. Über diesen Wandel, was ich jetzt gerade wieder so nach und nach korrigiere, oder auch sehr viel schon korrigiert habe, waren dann schon Phasen, natürlich auch, ich muss mir denken, wir haben Ende 2019 verkauft, sind dann direkt in dieser neuen Position und Verantwortung in Corona rein. Also ich habe dann im Endeffekt eigentlich zwei, drei Jahre nur Krisenmanagement gemacht, wenn man so will. Und das war etwas, was dann nicht mir entspricht. Und was ich dann, du funktionierst dann so vor dich hin. Ich glaube, ich habe das auch gut gemacht, ordentlich gemacht. Wir sind da auch gut durchgegroovt. Aber das war jetzt nichts, was meine Seele erfüllt. Und das war sehr wichtig für mich, wieder zu korrigieren, dass ich jetzt wieder in meinen Dingen, die ich wirklich sehr, sehr gut kann, denen ich vielleicht wirklich außergewöhnlich gut bin und nicht Dinge mache, die ich auch irgendwie hinkriege, die aber auch andere einfach besser können bei uns. Das ist etwas, wo ich das dann durchaus merke. Und dann habe ich mich zum ersten Mal im Leben, wo ich schon immer viel arbeite, wir haben vor allem beim Mittagessen drüber gesprochen, hohes Pensum arbeite, dann habe ich mich zum ersten Mal auch phasenweise energielos gefühlt. Und das war für mich so das Zeichen, da ist was nicht im Einklang. Okay, das war die Auswirkung. Und daran hast du es gemerkt und dann hast du gesagt, okay, da muss ich umsteuern. Genau, ich habe dann einfach für mich halt, ich bin jemand, der, glaube ich, sehr reflektiert ist. Also ich weiß Dinge, die ich gut kann. Ich weiß Dinge, die ich nicht so gut kann. Ich habe dann einfach auch sehr reflektiert gemerkt, dass ich gerade Dinge tue, mit denen ich mich nicht wohlfühle. Ja. Mich nicht erfüllen, wo ich jetzt nicht sage, da freue ich mich jetzt drauf, das morgen wieder zu tun. Und das hatte ich aber immer. So, und dann habe ich das einfach wieder verändert. Okay, ja. Ja, sehr schön. Also zum Abschluss hätte ich gerne noch zwei Tipps von dir. Du bist ja auch Physiotherapeut. Mhm. Und wenn du jetzt den Leuten so einen ganz pauschalen Tipp zu den Füßen geben wollen würdest, was würdest du da sagen? Ja, ich muss ja jetzt meine Meinung so ein bisschen revidieren, seit ich dich kenne. Oh, jetzt hör auf. So schnell geht das. Doch, ja, ja, ja. Ja, doch, doch, doch. Auch das, ich habe mir immer Offenheit erhalten. Ich hätte wahrscheinlich wirklich noch vor, bevor ich dich kannte, hier jetzt sofort gesagt, kauf dir ein paar Barfußschuhe und zieh die an und mach deinen Alltag damit. Mhm. So, weil das für mich immer schon irgendwie für die meisten Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, einfach ein Riesenvorteil war. Mhm. Und jetzt würde ich das aber ein bisschen relativieren, seit wir auch mehr miteinander gemacht haben, weil es einfach sehr viele Füße gibt, die doch ein bisschen mehr brauchen als das. Dennoch würde ich dabei bleiben, den Leuten zu sagen, löse dich mal von deinen Schuhen. Also von diesem Gedanken weg. Ich meine, du siehst immer die Leute irgendwo im Urlaub am Strand rumstachseln. Jedes Steinchen, was irgendwo liegt, ist für die die unüberwindbare Hürde. Und die Leute haben ja einfach überhaupt keinen Bezug zu ihren Füßen. Die sind für die ja wie ein Fremdkörper. Die spüren nichts mehr. Ich sage manchmal, das war ein bisschen gemein, aber wenn ich so bei der Therapie, das sind ja bessere Fleischklumpen, die dann noch irgendwie sind, weißt du? Ja. So, und ich würde dann trotzdem den Leuten sagen, geh so viel, wie es geht, barfuß. Mhm. Versuch dich da wieder irgendwie dran zu gewöhnen. Mhm. Und natürlich, was ich auch immer empfehlen würde, mit den Füßen wirklich etwas zu üben. Mhm. Also, ob das dann ein Toga ist, so Yoga für die Toes, was ja irgendwelche Videos irgendwo gibt. Oder bei uns im Pfeif mal auf so ein Pfeif-Feed zu gehen. Also, die Füße, also den Füßen wieder Liebe zu schenken. Vielleicht wollen wir es mal so hinstellen, um es etwas in deinem Herzthema zu sagen. Jetzt sind wir beim Herz. Ja. Also, die Füße wirklich auch mal wieder, die Füße tragen uns ein Leben lang. Ja. Unglaublich weit. Also, bei vielen wäre es besser, sie würden sie noch weitertragen, wenn sie vielleicht mal ein paar Schritte mehr am Tag machen würden. Das ist ein anderes Thema. Und die Füße können das. Die Füße können das. Und wir geben aber unseren Füßen eben sehr, sehr wenig Anerkennung dafür. Mhm. Und wenig Liebe dafür. Mhm. Und die Füße vielleicht nicht mal nur auspacken, um sie einmal die Woche zu waschen und mal die Zehennägel zu schneiden, sondern wirklich mal mit denen auch etwas zu machen. Mhm. Und ihnen auch Aufmerksamkeit und Pflege zu schenken. Mhm. Okay. In Form von Training. Alright. Und welchen, ja, spontanen Tipp hast du zum Herz dabei? Also, meinst du jetzt Herz auf Gefühlsebene oder so rational trainingsmäßig? Weil da habe ich auch eine klare Meinung dazu. Ach so, du meinst so kardiovaskulär und so? Ja. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Das ist jetzt nicht ein Scheiß. Das ist vielleicht an anderer Stelle. Ja, dann hättest du dich jetzt eher zu Hause gefühlt, ne? Nö, nö, nö. Ich fühle mich in beiden Themen zu Hause. Okay. Ich bin tatsächlich sehr, sehr, sehr spirituell. Okay. Und in vielen Bereichen da unterwegs. Und ich glaube, wenn man für sein Herz was Gutes tun will, in dem Sinne, dann ist wirklich dieses in sich reinzuschauen, und das ist sehr, sehr schwierig und oft auch nicht einfach. Und manchmal auch schmerzhaft, reinzuschauen, was will mein Inneres wirklich? Also, du kannst es jetzt Seele nennen oder dein Herz nennen oder wie auch immer. Aber das Beste, glaube ich, was du für dein Herz machen kannst, für dich, für dein Lebensglück, ist, Dinge zu tun, die wirklich für dich im Inneren wichtig sind. Also, das klassische Gegenbeispiel, du kaufst dir irgendwie das Auto von Geld, was du nicht hast, um irgendwie den Nachbar zu beeindrucken, den du nicht leiden kannst, oder irgendwie so ähnlich geht der Spruch doch, ne? So dieses, irgendwelche Rollen zu spielen oder irgendwelche Dinge zu machen, einfach nur, weil es gesellschaftlich gewollt ist oder weil deine Eltern irgendwann gesagt haben, ist ein toller Job, wenn du zur Bank gehst oder was weiß ich, sondern wirklich reinzuschauen, was erfüllt mich wirklich. Und wenn du dann das Glück hast, das für dich zu finden und das auch noch hinkriegst, irgendwie in dein Leben so zu integrieren, dass du im Idealfall gut damit oder vielleicht sogar davon leben kannst, dann ist das, glaube ich, etwas, was dich durch dein ganzes Leben tragen kann und wird. Ist für mich definitiv, für mich persönlich die große Lösung, weil für mich ist völlig irrelevant, wie viel ich arbeite oder wie viele Stunden oder was auch immer. Solange das passt, passt die Energie, passt der Spaß, passt einfach alles, was mir in meinem Leben Erfüllung gibt. Und wenn das nicht passt, was wir ja gerade hatten, wo ich mich in was so ein bisschen reinverrannt habe, wo ich dann nicht hundertprozentig in dieser Energie drin war, dann wird es holprig. Vielleicht noch eine kleine Anschlussfrage. Wenn du so einen hektischen, so einen vielschichtigen Alltag hast, dann bist du ja wahrscheinlich nicht immer hundertprozentig mit deinem Herz in Verbindung. Nimmst du dir extra Herzzeiten? Gehst du da irgendwie mit deinem Herz ins Gespräch? Wie machst du das? Oder ist das für dich gar nicht so? Doch, ist tatsächlich bei mir ein großes Thema, was auch definitiv ein großes Thema, also ein großes Thema im Sinne von, dass ich da ein Thema mit habe. Also ich habe verschiedene Wege eingeschlagen, das wieder besser hinzukriegen, bis hin zu Zeremonien und Dingen, die ich gemacht habe, die jetzt wahrscheinlich für so eine kurze Endfrage den Rahmen ein bisschen schwenken würden. Aber definitiv ist ein großes Thema in diesem, wie du sagst, hektischen Alltag, auch über viele Jahre ganz, ganz große Zeiten meines Lebens gewidmet, um Erfolg zu generieren, diese Gefühlswelt in den Hintergrund gegangen ist. Und dieses wieder Fühlen, Lernen, wieder mehr zu fühlen, wieder Gefühle zuzulassen, wahrzunehmen in beiden Richtungen, also negativ, also auch Trauer, negative Emotionen, positive, ganz vorne Dankbarkeit und einfach das wirklich zu fühlen und nicht nur rational zu sehen, das ist etwas, wo ich die letzten zwei Jahre hauptsächlich ganz, ganz viel daran gearbeitet habe. Mit verschiedensten Dingen. Okay. Und das hat schon wieder sehr, sehr vieles zum Positiven verändert. Und da bin ich noch lange nicht an meinem Ziel angekommen. Okay. Das beschäftigt mich bestimmt noch eine Weile. Okay, ja. Wahrscheinlich ein Leben lang noch. Sicherlich ein lebenslanges Lernen in dem Feld, ja. Hast du einfach so ein kleines Alltagsding, was du vielleicht jeden Tag, jede Woche oder so irgendwie tust für dein Herz? Gibt es da irgendwas? Also das ist Dankbarkeitsübung. Okay. Also wenn du es jetzt Übung nennen musst. Tagebuch oder? Ich mache es tatsächlich nicht schriftlich, sondern gedanklich und ich spreche es aus. Das ist für mich ein großer Unterschied. Ja. Also für viele wäre sicher Schreiben nochmal auf ein krasser. Ich schreibe nicht gerne, ich schreibe nicht gut. Klassischer Legastheniker. Tatsächlich Legasthenie damals auch vom Schulpsychologen diagnostiziert und sowas. Das heißt, Schreiben ist jetzt nicht mein Wahnsinnsmedium, nur wenn ich muss, aber ich spreche es aus. Okay. Und ich spreche ganz bewusst diese Dankbarkeitsgeschichten aus. Okay. Und das ist etwas, was mir schon seit Jahren sehr gut tut. Und jetzt immer wieder noch mehr. Und ich habe sehr, sehr viele Dinge, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und das einfach auch mal auszusprechen und sich immer wieder bewusst zu machen und dann eben auch zu fühlen. Das ist zum Beispiel meine große Aufgabe, dass dieses Fühlen fällt mir immer noch manchmal schwer. Es nicht nur rational zu sehen, sondern wirklich auch zu fühlen. Und das mache ich oft schon morgens. Ich kann damit anfangen, dass ich dankbar bin zu leben. Über dankbar sein, dass ich gesund bin. Dankbar sein, dass ich in einem Bett aufgewacht bin. Dass ich in einem Bett mit einem Dach über dem Kopf in einem tollen Haus, muss ich bei mir sagen, aufwachen durfte. Und so dann gesunde Kinder zu haben, eine tolle Frau zu haben. Also ich habe sehr, sehr viele Dinge, für die ich sehr dankbar bin. Aber das eben immer wieder auch in die Gefühlswelt zu bringen. Und ich glaube, um das vielleicht noch ganz kurz so reinzubringen, warum mir das so schwer gefallen ist, ist, über die Jahre in diesem Business-Kontext hast du ja auch sehr, sehr viele negative Erfahrungen. Und ich habe über die Jahre gelernt, diese negativen Dinge nicht mehr so zu spüren, an mich ranzulassen. Und darüber habe ich aber auch das Gefühl für das Positive verloren. Also es wurde dann eine Flatline. Das hat dann zwar geholfen, diese negativen Dinge, wo andere Leute vielleicht dran zerbrechen würden, für mich gut einzusortieren und damit gut umgehen zu können. Und Rückschläge oder auch mal persönliche, menschliche Enttäuschungen, die du halt im Business einfach hast, die besser so verarbeiten zu können. Aber ich habe dadurch auch verlernt, das Positive wieder zu fühlen. Und heute ist es für mich so, dass er das Leben einfach ausmacht, ist ja dieser Wechsel. Also du brauchst mal wieder ein Tal, dass du wieder was Schönes fühlen kannst und so. Und ich habe das irgendwann gemerkt, dass wenn wir früher in der Anfangszeit Erfolge hatten, dann haben wir die richtig gefeiert. Und das war was Besonderes. Ich habe das dann irgendwann einfach nicht mehr wahrgenommen. Das war halt normal. Und genauso aber auch die negativen Sachen, ja, gehört halt dazu. Und das ist bei mir gerade im Prozess, dass ich das wieder zulasse und wieder mehr fühle. Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Wolf, an der Stelle. Vielen Dank für die Einladung hier nach Hüffingen. Sehr gerne. Und dann wünsche ich alles Gute weiterhin. Und wir hören wahrscheinlich auch mal wieder. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Alles klar. Bis dann. Vielen Dank. Yo, tschüss.